Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung aus dem Bundestag. Und dort ist zwar scheinbar Ruhe eingekehrt, aber heute am Montag fällt eine wichtige Entscheidung. Der Parteivorstand der SPD, Olaf Scholz, wird nominiert als Kanzlerkandidat. Gewählt wird er erst auf dem Parteitag. Der ist im Januar. Dazu will ich heute reden mit dem SPD-Bundestassenabgeordneten Helmut Klebank. Herzlich willkommen. Hallo. Zehn Jahre Bürgermeister in Spandau. Richtig. Habe ich endlich gelernt. Sehr gut. Und wie haben Sie denn diese turbulente Woche erlebt? War das klug, was da passiert ist? Klug im Sinne der SPD-Politik? Also tatsächlich musste eine Entscheidung herbeigeführt werden. Denn lange Personaldebatten, das wissen wir aus der Vergangenheit, schaden letztlich beiden, die zur Verfügung stehen. Und von daher war es richtig, dass die Parteiführung hier Führung übernommen hat und auch zu einer klaren Aussage gekommen ist. Das werden sie auch im Einvernehmen mit beiden Kandidaten getan haben. Hat lange gedauert. Und die Statements sind ja auch so. Ich hätte es mir auch früher gewünscht tatsächlich, denn auch der Ausgangspunkt der ganzen Debatte, nämlich irgendwelche Umfrageergebnisse, haben sich ja nicht in den letzten zwei Wochen verändert, sondern sie sind ja lange bekannt. Das heißt, wäre die Aufgabe der Parteiführung gewesen, strategisch vorausschauend damit umzugehen und hier auch rechtzeitig die Entscheidung im Einvernehmen mit denen, die zur Verfügung stehen könnten, auch zu machen. Olaf Scholz hat ja schon die ganze Zeit auch ganz eindeutig gesagt, er hält sich für den richtigen Kandidat. Er ist der richtige Kandidat, er will es auch wieder sein. Und insofern gab es eigentlich auch gar nicht so viel Grund zu zaudern und zu zögern. Aber jetzt ist die Entscheidung da, die Partei wird sich dahinter auch versammeln und dann werden wir gestärkt gemeinsam in den Wahlkampf gehen. Wir sind ja unter uns hier. Immer. Wie stark war denn das Gummeln in der Fraktion? Es war ja nicht so einmütig in diesen Vorgesprächen. Es war ja eher Gummeln zu hören, Scholz eher nicht. Was für Storius ist doch ein guter Kandidat. Wie war denn das in dieser Fraktionssitzung, die vor zwei Wochen war? Naja, also ich würde eher so ein bisschen, ich würde eher sogar auf den gesamten Ablauf schauen. Denn der gesamte Ablauf war ja für die Bundesregierung, insbesondere für den Kanzler und auch für unsere Fraktion extrem schwierig, weil wir vor riesigen Herausforderungen gestanden haben. Und die ganze Zeit, also insbesondere im letzten Jahr, sagen wir mal, vorher war eigentlich die Zusammenarbeit nicht so problematisch wie zum Schluss. Wir hatten die ganze Zeit eigentlich ja die Situation, dass wir noch eine ganze Reihe von wichtigen Maßnahmen auf dem Zettel hatten, die umzusetzen waren. Und ganz regelmäßig ist uns von der FDP der Knüppel vor die Füße geworfen worden oder das Stoppschild hingestellt, wie immer man es ausdrückt. Und da hat sich natürlich einiges aufgebaut. Und der Kanzler ja in der schwierigen Situation, einerseits Kanzler für die gesamte Bundesregierung zu sein, andererseits natürlich auch für die SPD zu sein. Und das kommunikativ rüberzubringen, das ist halt aus unserer Sicht nicht wirklich gelungen. Und das spiegelt sich ja auch in den Umfrageergebnissen wieder. Das haben wir auch natürlich in jeder Fraktionssitzung mehr oder weniger deutlich diskutiert und miteinander besprochen. Aber die Lage hatte sich halt nicht gebessert. Und insofern war in der Fraktion natürlich auch eine gewisse Aufregung. Und auch sozusagen... Worauf bezog sich denn das Grummeln? Ich komme, worauf sich das Grummeln bezog. Das Grummeln bezog sich meines Erachtens eher sozusagen in die Frage, wie gehen wir in die Zukunft? Also mit welcher Botschaft gehen wir zu den Menschen? In einer Lage, wo durch einen Partner in der Ampelregierung permanent eigentlich Blockadepolitik betrieben wird. Und die Menschen aber zurecht wollen, dass die Blockaden aufgelöst werden, dass sie die Richtung kennen, dass es vorwärts geht und dass Dinge auch bewegt werden. Weil die Notwendigkeit, dass Dinge bewegt werden, das sehen ja alle. Ja, also diese Notwendigkeit, wie kann man hier wieder Schwung reinbringen? Jetzt ist es auf eine Art und Weise passiert, die ich mir auch nicht gewünscht hätte. Also ich hätte gedacht, wir raufen uns in der Ampel zusammen und erhöhen die Bremsen. Sie haben immer noch nicht geantwortet, worauf bezog sich das Grummeln. Auf den Kanzler? Auf den Stillstand vor allen Dingen. Ja, auf den Stillstand. Und dann in persona auf den Kanzler? Naja, auch tatsächlich auf das Thema Kommunikation. Also wir hätten uns eine deutlichere Kommunikation schon gewünscht. Auf der anderen Seite habe ich natürlich Verständnis dafür, wenn ein Kanzler sagt, er spricht eben für die gesamte Bundesregierung und muss da auch den Laden zusammenhalten. Das war ja das gemeinsame Ziel. Deswegen gab es ja innerhalb der SPD-Bundestagsfraktion auch keine Revolution oder so etwas, weil wir ja auch gemeinsam dieses Ziel hatten, die Regierung zum Erfolg zu führen, was uns aber von einem der Partner, namentlich von der FDP verunmöglicht wurde. Ja, aber es gab keine Revolution. Ich sehe das ein bisschen anders. Wenn ein großer Landesverband wie NRW bei den Jusos ordentlich stänkert gegen den Kanzler, dann ist das der Beginn einer kleinen Revolution. Naja, es war zumindest interessanterweise, wenn man das auch so interpretieren kann, aber es war der Beginn einer dann doch zügigen Klärung dieser Frage. Ich hätte es mir noch zügiger vorstellen können, sagen wir mal so. Auf der anderen Seite kann man das nicht ohne die Beteiligten machen. Und der Kanzler war ja zumindest einen Teil des Zeitraums zuletzt, gar nicht in der Republik, sondern er war auf Auslandsreise. Und dass man das nicht machen kann, während einer der Beteiligten gar nicht zur Verfügung steht in Präsenz, das ist, glaube ich, schon auch klar. Deswegen bei dieser Sitzung des Präsidiums, ich glaube, letzten Dienstag war es, da konnte keine Klärung herbeigeführt werden, eben weil der Kanzler nicht da war. Das war mir schon völlig klar. Die Erwartungen waren überzogen. Nun ist die Klärung da, zumindest einen Punkt. Jetzt kommt der Parteitag. Ich erinnere mich, und Sie werden sich daran auch erinnern, vielleicht waren Sie sogar Delegierter 1995. War ich nicht Delegierter. Ja, stieg ein gewisser Oskar Lafontaine in die Bütte und cancelte den damaligen SPD-Vorderen Rudolf Scharping ab und setzte ihn ab, ließ ihn absetzen. Kann der Parteitag sowas ähnliches im Januar auch noch versuchen? Also ich halte die Situation für nicht vergleichbar und auch ein solches Szenario für komplett ausgeschlossen. Weil Oskar Lafontaine, dieser Typ, fehlt, um das zu inszenieren. Ja, es ist vielleicht gar nicht schlecht, dass dieser Typ gerade fehlt, weil so eine Art von Chaotisierung kann, glaube ich, niemand gebrauchen im Moment. Also weder das Land noch die Partei. Aber es gab es eben. Ja, es gab in der Geschichte alles Mögliche, was wir auch nicht wiederhaben wollen. Also das will ich an der Stelle nicht wiederhaben. Nein, die Sache ist völlig klar und die Zeitabläufe sind ja auch so eng gestrickt, diesmal durch die besondere Lage, also vorzeitige Auflösung des Bundestages, die der Bundespräsident meines Erachtens hervornehmen wird, dass wir diese Variante praktisch nicht haben. Und ich sehe auch gar nicht, wer das bewerkstelligen sollte. Also ich sehe gar keine Person, die einen entsprechenden Rückhalt hätte und so ein Manöver versuchen sollte. Abgesehen davon muss man wirklich sagen, der Kanzler hat einen wirklich guten Job gemacht. Und ich sage mal, dass es nicht gelungen ist, die Ampelpartei zusammenzuhalten, lag jetzt nicht am Kanzler. Das kann man ihm, glaube ich, nicht vorwerfen. Das wird ja auch manchmal so geframed, der Kanzler hätte da versagt. Wenn aber einer der Partner den Zusammenhalt gar nicht will, also explizit nicht will, und das sozusagen auch nicht öffentlich kommuniziert, sondern nur hinter verschlossenen Türen einen Plan hat, wir reizen mal die anderen so lange, bis sie keinen Bock mehr haben, da muss ich sagen, da kann man gar nicht von Versagen reden, sondern das ist dann einfach eine strukturelle Situation, die man gar nicht auflösen kann. Als Mathematiker würde ich immer sagen, es gibt auch unlösbare Probleme. Da kann ich gar nicht erwarten, dass jemand eine Lösung findet. Und das ist genau so ein unlösbares Problem für den Kanzler gewesen. Politik und Mathematik wollen wir lieber nicht bemühen. Es gibt ein paar Parallelen, wie man sieht. Wie geht es denn jetzt weiter? Also Parteitag wird das jetzt alles absichnen. 23. Februar wird gewählt. Mit welchen Punkten geht denn die SPD, ihre Partei jetzt in diesen kurzen Wahlkampf? Wie? Ja, es ist ja schon der Begriff einer Richtungswahl mal formuliert worden von anderen. Ich glaube, dass da tatsächlich was hinter steckt, weil wir uns, glaube ich, entscheiden müssen, ob wir in einer Zeit kommen wollen mit hohen Investitionen, mit einer reformierten Schuldenbremse, wo wir sagen, wir müssen auch wieder den Mut haben, mehr Schulden zu machen, als wir im Moment haben. Wir haben den niedrigsten Schuldenstand von quasi allen Industrienationen. Alle fragen sich, was die Deutschen da machen, wieso sie nicht kräftig investieren in die Transformation, in den Umbau, die Weiterentwicklung, die Modernisierung unserer Wirtschaft. Das wäre so sehr nötig. Und auf der anderen Seite eine Union, eine FDP, die das völlige Gegenteil wollen, die also eigentlich sozusagen die Schuldenbremse fest zementieren und damit die notwendigen Investitionen ausbremsen. Und ich will für einen Gedanken vielleicht aber trotzdem noch, diese Investitionen sind die Voraussetzung für neue Wertschöpfung. Das heißt, wenn ich die Wirtschaft in Schwung bringen will, wenn ich wieder für Wohlstand sorgen will, muss ich diese Zukunftsinvestitionen tätigen. Wenn ich sie nicht tätige, sitze ich vielleicht mit weniger Schulden da, aber ich sitze auch mit zukünftig weniger Staatseinnahmen, mit weniger Steuereinnahmen da. Das heißt, dieser Staatshaushalt und die Frage der Schulden im Staatshaushalt funktionieren nicht wie sozusagen in einem Privathaushalt, der ja nicht sozusagen irgendwelche Einnahmen generiert, wenn er investiert hat, sondern der hat schlichtweg nur Geld ausgegeben. Beim Staat ist das aber grundsätzlich anders. Und ich glaube, das müssen wir uns immer wieder klar machen. Ja, aber mehr Schulden heißen mehr Zinsen. Und Zinslast liegt jetzt bei 40 Milliarden. Vor zehn Jahren lag es sie bei zehn. Neue Schulden würden das auf 60, 70 Milliarden anhöhen. Denn außerdem, die Schuldenbremse haben Sie ja mitbeschlossen im Bundestag. Ja, wie furchtbar. Also ich persönlich Gott sei Dank nicht. Ich war immer dagegen. Ich habe schon damals gedacht, wieso muss die Politik sich an so einer Stelle selbst Gestaltungsspielraum nehmen? Also Schulden sind ja kein Selbstzweck. Das ist mal völlig klar. Ja, aber Ihre Mehrheit hat dafür gestimmt. Sie haben es vor dagegen gestimmt. Wie furchtbar. Ja, schrecklich. Ja, und jetzt brauchen Sie auch eine zweite Mehrheit nach der Wahl. Ja, ja, ich weiß. Also ich hoffe, dass sich an dieser Stelle einfach die Vernunft durchsetzen wird. Merz hat ja schon mal so ein bisschen rumgeeiert. Wenn es um Investitionen ginge, könnte man ja nachdenken. Das hat deren Generalsekretär ja versucht, wieder sozusagen einzusammeln. Und ich finde es auch eine sehr merkwürdige Haltung erst quasi einer Regierung mit dem Festhalten an der Schuldenbremse zu sagen, ihr dürft nicht investieren. Ja, egal ob es dem Land schadet oder nicht. Und hinterher, wenn man selber eine Machtoption hat, zu sagen, ach naja, war alles nicht so gemeint. Also das finde ich von Merz schon eine ziemlich üble Nummer. Und ich muss sagen, er hat ja schon mal so schräge Sachen gemacht. Also wir denken alle mal an den Februar 2022, Überfall Russlands auf die Ukraine, wo er nur einen Monat später im Grunde gefordert hat, ein Gasembargo. Das hätte unsere Wirtschaft so dermaßen in die Katastrophe geführt. Also ich glaube, der Spitzenkandidat der Union muss nochmal scharf nachdenken, ob er für das Amt der Richtige ist. Ja, aber Sie müssen ihn dann scharf attackieren. Bin ich ja gerade dabei. Naja, ich finde es auch total unvernünftig, was da kommt. Also jetzt zu sagen, also mit dem Klimaschutz, das machen wir mal nur über den CO2-Preis, investieren brauchen wir nicht. Oder wir schrumpfen halt den Sozialstaat, das legt die Axt an unser Sozialwesen, an unser Gemeinwesen und das finde ich ganz furchtbar. Ich gehe jetzt mal nach und mache eine kurze Werbung, Denkpause und dann sind wir wieder da mit Helmut Klebank, er ist der SPD-Bundestagsabgeordnete, früher zehn Jahre oder zwölf? Zehn, zehn Jahre. Zehn Jahre, Bürgermeister, entspannter. Hatten Sie da auch schon eine Schuldenbremse? Na, vor allen Dingen, als ich ins Amt kam, hatten wir 18 Millionen Euro Schulden und die abzubauen war dann auch ein kurzes Stück. Ja, aber immerhin, Sie haben es geschafft. Jetzt bleiben Sie dran, wir reden gleich weiter, wie das nun alles zu einem guten Wahlerfolger Volk für die SPD noch führen soll, am 23. Februar. Bis dann. Zurück in unser Land aus dem Bundestag und zu Gast ist Helmut Klebank, er ist SPD-Bundestagsabgeordneter und zehn Jahre war er mal Bürgermeister in Spandau. Wir reden immer über die Themen, mit denen die SPD die Wahl am 23. Februar gewinnen will. Ziemlich schwierig, denn nach den Umfangen ist der Kandidat nicht so weit vorne, wie es nötig wäre. Da muss was geschehen. Was schreiben Sie denn jetzt auf das Wahlplakat? Das verrate ich noch nicht. Also was ich auf Mainz schreibe, was der Bundesverband auf die große Kampagne schreibt, weiß ich natürlich auch noch nicht, das werden wir erstmal noch sehen. Ich bin aber ganz sicher, dass unser Kanzler in den Umfragen derzeit extrem unterbewertet ist und ich bin auch ganz sicher, dass sich das noch ändern wird. Denn am Ende wird es die Auseinandersetzung sein, wer soll unser Land in die Zukunft führen? Ist das Olaf Scholz oder ist das Friedrich Merz? Und wir haben gerade schon gesagt, es ist auch ein bisschen eine Richtungsentscheidung. Es kann sogar sein, dass wir das in der Wahlauseinandersetzung noch deutlicher sehen werden. Unser Kanzler hat richtig gesagt, die notwendigen Investitionen dürfen nicht zulasten des sozialen Zusammenhalts gehen, denn dann fliegt uns der Laden auseinander. Wir sehen ja jetzt schon, wie Menschen sich abgehängt fühlen, wie sie der Demokratie immer weniger vertrauen und das alles müssen wir versuchen wieder zurückzuholen. Und das geht nur, indem man beide Forderungen, beide Aspekte, beide Herausforderungen zusammenbringt. Das eine ist das Thema Investitionen und das andere ist das Thema sozialer Zusammenhalt. Das erklärt, warum Sie gegen diese Schuldenbremse sind. Das erklärt auf jeden Fall, warum ich der Auffassung bin, dass wir sie reformieren müssten zugunsten mehr Gestaltungsspielraum von Investitionen. Nicht mehr konsumtive Ausgaben, wie wir das so nennen, das an der Stelle glaube ich, das können wir nicht tun, aber Investitionen haben einen Rückfluss. Investitionen führen eben dazu, dass die Staatseinnahmen wieder steigen. Investitionen führen dazu, dass ich auch bei der Schuldentilgung wieder besser werden kann, weil letztlich die Wertschöpfung in einem Staat wird ja nicht von Steuern erzeugt, sondern die Wertschöpfung im Staat wird dadurch erzeugt, dass Wirtschaft arbeitet, dass Menschen arbeiten, dass sie Werte schaffen und diese Werte führen dann zu Steuereinnahmen. Wenn ich aber sozusagen der Wirtschaft die Gurgel zudrehe, indem ich nicht mit staatlichen Co-Investitionen arbeite und sozusagen nicht auch privates Kapital anregen kann, tätig zu werden, dann drehe ich sozusagen auch den Steuerhahn zu. Und damit wäre das sozusagen eine Negativspirale, die ich da aufrechterhalte. Wir müssen aber in eine Positivspirale kommen. Wenn man an die Schuldenbremse nicht rangeht oder nicht rangehen darf, braucht zwei Drittel mehr hat den Bundestag, und das zu ändern, Sie haben die mal mit eingeführt, Sie klein eingeschrieben, Ihre Partei, was Sie noch sehr bedauern, immer noch bedauern. So ist es. Da könnte man ja Sondervermögen wie bei der Bundeswehr einrichten. Wir brauchen ungefähr für Investitionen, so wurde errechnet von all den schlauen Sachverständigen, 400 Milliarden. Wenn man jetzt Sondervermögen macht, hat das einen Vorteil. Das Sondervermögen ist genau definiert für einen bestimmten Zweck. Bei der Schuldenbremse kann ich das Geld für alles nehmen. Das wäre doch machbar, oder? Ja, also auch bei der Schuldenbremse ist ja nicht alles beliebig. Also wir schauen ja schon darauf, dass möglichst viel auch in Investitionen fließt, auch wenn das im Moment nicht reicht. Das ist aber schon die Marschroute. Auch ein Sondervermögen würde eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag voraussetzen. Und ich will mich an der Stelle gar nicht festlegen, über welches der verschiedenen Instrumente das geht. Reform der Schuldenbremse, Sondervermögen in der Verfassung. Kostet auch Zinsenbremse. Vielleicht sind auch Schulden, das ist ja kein Vermögen, was man plötzlich druckt und da zur Verfügung hat, sind auch Schulden. Also ich würde sagen, welchen Weg man an der Stelle geht, da würde ich mich gar nicht festlegen wollen. Aber dieses Grundverständnis, dass wir Investitionen in den kommenden Jahren in dieser Größenordnung, ich würde sogar sagen, mindestens brauchen werden. Dieses Grundverständnis entscheidet über die Zukunft unseres Landes. Und das sehe ich bei der Union überhaupt nicht. Das sehe ich auch bei der FDP nicht. Das sehe ich aber inzwischen ganz klar bei der SPD, das sehe ich ganz klar bei unserem Kanzler. Das hat sich durchgesetzt. Das ist auch vernünftig, weil es eben Arbeit schafft, weil es Wohlstand schafft, weil es uns ermöglicht, die Transformation durchzuführen, weil es am Ende zu mehr Steuerannahmen führt und damit auch die Möglichkeit, unser Land sozial gerecht weiterzuentwickeln. Vielleicht sollte der CDU-Kandidat Friedrich Merz mehr mit der Bahn fahren, als mit seinem Privatflugzeug zu fliegen. Er würde ansehen, wie viele Milliarden für die Bahn nötig wären. Ja, ist ein Aspekt. Ich finde vor allen Dingen, er sollte mal mit der Wirtschaft reden. Scheinbar macht er das nicht. Weil die ihm ja alle sagen, wir brauchen mehr Investitionen. Er ist doch ein Wirtschaftsmann. Er sagt, ich bin ein Mann der Wirtschaft. Behauptet er. Also ich hätte da mal ein paar Zweifel dran. Weil er reproduziert ja nur die Rezepte der Vergangenheit. Er hat aber keine Rezepte für die Zukunft. Und die Zukunft heißt, wir müssen wirtschaftliches Wachstum und Bekämpfung des Klimawandels unter einen Hut bringen. Und dass das geht, das haben wir in der Ampelregierung allerdings in den ersten zwei Jahren bewiesen, indem wir uns von russischem Öl und Gas unabhängig gemacht haben, indem wir die erneuerbaren Energien massiv vorangebracht haben und indem wir alle Voraussetzungen für ein neues Energiesystem mit Wasserstoff, mit mehr Vernetzung und so weiter auf den Weg gebracht haben. Also wir wissen, es geht. Man muss es nur machen. Man muss investieren und man muss die Wirtschaft mitnehmen. Aber es scheint nicht so durchgeschlagen zu sein bei der Bevölkerung. Kann ich Ihnen auch erklären. Das ist eigentlich auch total verständlich. Die Bevölkerung ist verunsichert, weil sie genau spürt, dass es um diese beiden Richtungen geht. Also geht es in eine klimaneutrale Zukunft mit technologischem Fortschritt, mit Innovation, mit Zukunftsinvestitionen. Auf deren Weg wir schon sind. Auf diesem Weg sind wir bereits. Oder geht es zurück in eine Vergangenheit, die es so nie gab. Diese Wahl haben wir. Und dann halten sich die Leute natürlich zurück bei der Frage, kaufe ich mir ein E-Auto oder kaufe ich mir einen Verbrenner? Steige ich um auf die Wärmepumpe oder eine andere Art fossilfreie Energieversorgung für mein Häuschen? Das geht weiter bei den großen Wohnungsbauunternehmen, die sich natürlich auch fragen, muss ich jetzt tatsächlich energetisch sanieren und auf Fernwärme oder irgendwas anderes umsteigen? Was ja auch Investitionen erstmal kostet. Und vor allen Dingen auch die Frage ist ja, wie refinanzieren sich diese Investitionen? Also gibt es ein staatliches Programm, das hilft einerseits die Investitionen zu fördern und andererseits die Preise für die Bürgerinnen und Bürger nicht explodieren zu lassen. Das steckt ja auch dahinter. Ich kann natürlich als Wohnungsunternehmen energetisch sanieren, ich schlage alles auf die Miete rum, dann zahlen es die Mieter. Unser Modell ist aber ein anderes. Wir brauchen die Ko-Investition durch den Staat, in dem Fall über ein Aussetzen, Reformieren der Schuldenbremse oder ein Sondervermögen. Und das würde natürlich gleichzeitig enorm helfen, die Kosten für die Bürgerinnen und Bürger möglichst niedrig zu halten. Über die Schuldenrückzahlung zahlen es dann alle sozusagen, die gesamte Gesellschaft, aber eben über eine Zeitstrecke. Und in dieser Zeitstrecke passiert wieder mehr Wertschöpfung. Also auch die Rückzahlung wird dadurch leichter. Schauen Sie mal in Ihrem Keller, ob Sie da noch ein Plakat haben, der SPD von 1900, ich weiß nicht was, wir schaffen das moderne Deutschland. Im Grunde ist das wieder modern, ja. Im Grunde könnte man das wieder plakatieren. Ja, aber wie setzen Sie das jetzt um für die Bürger, dass sie verstehen, dass einmal Friedrich Merz das Alte verkörpert, gleich Friedrich Merz, gleich Kohle und Atom. Und SPD, Olaf Scholz und andere Genossen oder der Rest der Genossen in der SPD, modernes Deutschland, gleich erneuerbare Energien, kostet beides viel Geld. Ja, die Union suggeriert ja, dieser andere Weg wäre ein sehr leichter. Wobei das im Detail ja vollkommener Blödsinn ist. Und wir sind längst auf diesem Weg. Und es macht totalen Sinn, diesen Weg auch konsequent fortzusetzen mit den Instrumenten, die wir genannt haben. Das heißt, diese Richtungsentscheidung, die die Bürgerinnen und Bürger haben, die macht sich im Grunde an den beiden Personen fest. So, und das zu verdeutlichen, das ist die Aufgabe. Deswegen habe ich Sie auch so nebeneinander gestellt. Das ist die Aufgabe des Wahlkampfes jetzt. Und das werden wir auch tun. Alt und neu. Aber unfair wäre es, wenn man sein Alter dazu schreiben würde. Nein, es geht nicht um das Alter der Personen, das will ich auch nochmal ausdrücklich sagen. Aber es geht um die Frage, welche Richtung Sie wollen. Also wollen Sie zurück in irgendeine Wohlfühlvergangenheit, die auch keine Wohlfühlvergangenheit war? Oder wollen wir Investitionen investieren in ein prosperierendes Deutschland? Ja, und dann kämpfen Sie mal gut. Ihr Wahlkreis ist sicher oder nicht sicher? In diesen Zeiten ist es gar nicht sicher. Aber wir kämpfen natürlich. Und wir sind sehr präsent in meinem Wahlkreis und hoffen natürlich auf ein gutes Ergebnis. Letzte Frage, ganz kurz, weil wir am Ende der Sendung sind. Was geschieht denn jetzt noch im Bundestag? Ist ja Sitzungswoche. Also ich hoffe, dass wir tatsächlich vielleicht noch so eine Handvoll Gesetze mit sicheren Mehrheiten ohne die AfD durchbringen können. Mietpreisbremse. Ja, Mietpreisbremse. Ich wäre total glücklich, wenn wir sie noch schaffen würden. Die wäre auch für Berlin tatsächlich enorm wichtig. Das Rentenpaket wäre natürlich enorm wichtig. Aber auch so technische Sachen. Wir haben ein Kraftwerk, bei der Kraft-Wärme-Kopplung ein Fördersystem, das nicht den Haushalt belastet und das nur verlängert werden müsste. Da müsste nur das Datum geändert werden und alle wären zufrieden. Und selbst so ein einfaches Ding klemmt im Moment. Kostet nichts. Kostet nichts. Kommt trotzdem nicht durch? Kommt trotzdem nicht durch im Moment. Wir werden sehen. Also wir arbeiten dran, ja. Vielleicht klappt es auch noch. Es ist nur ein Beispiel. Aber was heißt Mietpreisbremse? Sie hoffen, dass es durchkommt. Was bedeutet, wenn das nicht verlängert wird? Naja, wenn die Mietpreisbremse ausläuft, dann gilt sie schlichtweg nicht mehr. Auch für Berlin nicht. Auch für die Mieterinnen und Mieter nicht. Und es ist jetzt eigentlich schon fast zu spät. Die FDP hat es die ganze Zeit ausgebremst, muss man einfach sagen. Und selbst die Variante, die jetzt auf dem Tisch liegt, hat noch zur Folge, dass in Berlin also wirklich gebietescharf nachgewiesen werden müsste, dass es eine angespannte Wohnlage ist. Ich denke, die Landesregierung bekäme das auch hin. Aber im Grunde wissen wir ja alle, ganz Berlin hat eine angespannte Wohnlage. Die Leute suchen eine Wohnung und finden schlichtweg keine. Oder wenn, dann zu horrenden Preisen. Ist das den Berliner eigentlich bewusst, dass wenn die das jetzt nicht durch den Bundestag kommen, dass denn Tür und Angel weit geöffnet sind für Mieterhöhungen? Also ich habe ein Verständnis dafür, dass die Menschen bei den vielen Nachrichten und bei den vielen verstörenden Nachrichten, die auf sie einströmen, dass sie das möglicherweise nicht so richtig mitbekommen haben. Ja, aber die Wahrheit wäre ja nicht schlecht in diesem Punkt. Wir benennen sie ja auch. Ja, also wir sehen uns bestimmt noch einmal, bevor die Wahl startet. 23. Februar ist noch lange hin. Ich freue mich, bedanke mich, dass Sie heute hier waren. Helmut Klebank, SPD-Bundestagsabwunder und war zehn Jahre Bürgermeister in Spandau. Danke für heute. Sehr gerne. Bringen Sie noch alle nötigen Gesetze durch. Dankeschön. Wir arbeiten dran und hoffen natürlich das Beste. Wird hart. So ist es. Und ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns wieder jeden Montag 2015 aus dem Bundestag, auch in der Wahlkampfzeit und dann gerade erst recht dahin. Danke und Tschüss. 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 Vielen Dank.